Sonnenstunden konnte man in diesem Jänner auf der Gerditzen genießen. Nur 45 waren es in Klagenfurt. Gestern gab es auf den Bergen noch zweistellige Plusgrade. Aber ehrlich gesagt, es ist noch ein bisschen zu früh, um die Sommerbekleidung auszupacken. Dieser Winter ist noch lange nicht zu Ende. Heute war die Luft in der Höhe staubtrocken, entsprechend beeindruckend und nahezu grenzenlos. Die Fernsicht der Sonne entgegen geht es hier, sowohl von Norden als auch von Süden her. Und mit dem richtigen Timing bringt sie sogar eine UF Kärnten Gondel ins Skigebiet. Heuer eindeutig im Trend, Snowbikes und Cabellinos. Und man trifft auch viele internationale Gäste. Ich dachte, Holländer kommen nur zum Eislaufen nach Kärnten. Nein, das stimmt gar nicht. Wir kommen auch gerne zum Skifahren. Das Gebiet ist schön, die Gerditzen gefällt uns gut. Wir kommen hier seit Jahren und die Kinder sind auch gut betreut. Wir können auch selbst Skifahren gehen. Was heißt eigentlich, wie das Wetter auf holländisch? Headwear. Ja, wie das Wer wird, das schauen wir uns jetzt im Detail an. Im alten Raum ist noch eine milde Westströmung wetterbestimmend.